tja einen wunderschönen willkommen zurück zu einer runde the last of us wir sind hier beim letzten mal beim letzten stream und natürlich letzten folge hier stehen geblieben ich war jetzt zu spät für den hinweis habe natürlich keinen weg gefunden weil hier ist zu ich weiß nicht ob ich das kaputt schießen muss oder ich glaube das ist metall das heißt wir müssen einen anderen weg finden um hier mit ellie weiter zu kommen ein bisschen ausrichten alles die frage ist welche möglichkeiten haben wir aber bitte nicht übers wasser obwohl da ist gefroren technisch gesehen zehn möglichen ja okay ja 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 das hätten wir noch gefunden und geschafft ach so jetzt verstehe ich wir haben das ein bisschen rausgezogen so jetzt müssen wir vorsichtig sein ich befürchte dass wir hier gleich besuch bekommen könnte ich hier lang ne ich komme nicht über den abgrund musik ist verhängnisvoll ah da hinten sind welche die sehe ich aber hier noch nicht ne wo ist die kleine ich habe auch was abgekriegt von wem denn ach war die da hinten ok oder kann man mehr da ist da noch der ist so clever und kommt auch den weg lang oder komm 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 die letzte kugel ist für dich ich kann eine neue waffe ausrüsten ach so was haben wir denn für eine neue waffe ach so den bogen äh ich ich hoffe ja dass wir hier gleich noch munition bekommen gegebenenfalls ist es das haus wo wo joel drin ist nina bist ja nichts bei ey wieso habt ihr nichts bei ihr habt doch geschossen oh komm hört auf so hier vorne war noch irgendwo einer da die haben nichts bei das ist doch beschiss ist das kann ich hier rein ne aber ich könnte ich könnte oh warte mal hier um aber der hat auch bestimmt nichts bei meinem Glück das ist nur show und nur fake wir müssen uns hier durchquälen hier darf doch auch gleich jemand kommen die könnten war das muss irgendwie weg hier ah ich sehe es schon okay komm die brustig anfassen komm läuft da wieder jemand guck mal sogar der ganze schnee im haar ja so der details sind klasse ich will hier nicht festsitzen ich hoffe doch dass wir hier nicht festsitzen ich nehme mal jetzt ja aber so da geht's lang wo geht's hier raus hier vermutlich nicht ne ich gehe mich erstmal umgucken kann sein dass wir hier noch ein paar gegenstände finden zum beispiel hier drin haha sehr gut hat sich doch gelohnt hier nochmal lang zu gehen was ist hiermit ist auch voll so was können wir bauen da ist nichts mitnehmbar das äh naja okay das kriegen wir schon hin so hier rum gucken wir noch aber es ist alles okay hier waren wir doch schon drin ne vorher shit ich glaub ich glaub das ist das ist noch nicht geplant ah ja was oh du schlägst ein kleines Kind das ist ein grobe Jan okay wir wissen was uns gleich erwarten wird verdammt ich aber auch ähm oh danke dass wir schon ohne der hat unseren hä ein bisschen seltsam eben aber okay so das heißt wir können uns weil die stehen da schon und lauern auf uns und wir können wir haben keinen keinen Puderzucker hier ne ähm obwohl hier ist doch ah ne was nicht schon wieder warum hat der rote ja scheiße ist richtig das ist doch ich brenne die gleich nieder so jetzt sind wir voll wollen wir wetten jetzt haben wir drei ne doch nicht hä ich verstehe es zwar gerade nicht aber ist nicht so schlimm ist hier das Ding auch noch drin ja okay so probiere wir es nochmal oh mieses Arschloch oh mieses Arschloch okay beide sind tot kommt hier wer nö wie konnte ich denn äh nachladen tippen ah okay ohne zielen feuer okay vielleicht da sparen wir uns da da kommt hier wieder ist keiner mehr aber er ist weg oder so Mann da geriet man richtig in Hektik also ich so jetzt haben wir aber einen kleinen Zwischenstep hoffentlich einen korrekten jetzt müssen wir bloß die Sachen einsammeln hier hat man Munition gekriegt von den Typen ne da irgendwas jedenfalls so hier draußen ist alles in Ordnung da kommen wir nicht hoch okay es waren auch mal bestimmt nicht die einzigen so der ist definitiv nicht mehr da oh nicht so laut da wir werden bestimmt gleich erwartet ich bin ziemlich sicher toll halt still ich wünsche dir das Leben so ist gut so ist gut shit aha eingesperrt für Leben retten das ist ein menschenfresser Äh, sind das Bohnen? Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen. Und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war... ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Mhm. Sie ist eine Frau. Oh. Oh Mist. Du dummes kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ali. Was? Sag ihnen. Ali war es, die dir... den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ali. Ich mein, auf der einen Seite hat er ja recht, ja. Aber die haben sofort gefeuert. Nicht wir. Wir haben uns bloß verteidigt. Glaube ich. Ach komm. Langsam. Mach langsam. Ali. Mach langsam. Oh, guck mal, wie viel Blut der verloren hat, dass er so blass ist, ja. Okay, das Leben ist absolut kacke. Aber wir haben unsere Sachen wieder. So. Und... Ist das jetzt... Ne, nochmal. So, ich verwechsel das immer wieder. Oh ja. Okay, wir sind wieder fit. Okay, wir müssen alles mit dem was verkriegen können. Okay. Aber... Also wir haben zwar Leben, aber wir sind glaube ich nicht mehr so schnell, ne? Glaube ich zumindest. Okay. Ich hoffe da wartet keiner. Mach langsam. Verdammt, wo bist du? Der Flammenwerfer ist eine gute Idee. Ich glaube ich werde mal hier auf die Sachen erstmal wieder gehen. Apropos die Sachen. Äh, Moment mal. 40. Fertigungszeit. High Tempo. Maximale Gesundheit haben. Weil das Schwanken der Waffe finde ich jetzt nicht ganz so problematisch. Aber High Tempo? Also sprich die... Wir warten mal. Vielleicht nehmen wir dann doch das, äh... Ich weiß es nicht. Ach Quatsch, komm. Wird vielleicht ein falscher Fehler gewesen sein, aber ist egal jetzt, hä? So, wie sieht's aus? Was haben wir hier alles hübsches? Da ist ein Tor, da könnten wir raus. Hier sind Ingredienzien. Ein... Ein Ingredienz hier ist sie drin. Äh... Schon krass, ja. Was sie geleistet hat. So, wir könnten jetzt hier vorne raus. Wir könnten aber auch hinten raus. Die Frage ist... Ich glaube ich geh vorne raus. Theoretisch müssten wir sauber sein, ne? Wir sind ja hier losgeflitzt, abgehauen. Ich bin mir nicht sicher, ob hier noch welche da sind. Auf alle Fälle sind es Kannibalen, ja. Naja, die alles tun, um zu überleben. Aber dass sie sich selbst... Na, obwohl sich selbst... Das weiß man nicht. Uh, da in den LKW können wir rein. Shit, 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 shit. Wo ist sie? Hey! Ach, kommt! Oh... Leute, 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 Leute! So weit komme ich nicht. Aber den könnte ich kriegen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nee, kriege ich nicht. Nee, kriege ich nicht. Was war das? Kommt! Da drüben steht einer. Der scheint tot. Was ist mit dem da oben? Den sehe ich nicht, ne? Oh, der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Oh, okay, danke. Oh, da ist er noch. Okay, die hauen ab. Da verstecken die sich, ey. Okay. Okay. Da kam. Die hauen ab. Das ist eine Falle. Das ist eindeutig eine Falle. Aber ich glaube, ich muss da hinterher. Oder? Tja, wo ist er wohl? Da hinten sitzt er. So. Da hinten sitzt er. Vielen Dank.